Moin Moin, Grüße, euer Blaze hier. Ihr wollt bestimmt ein bisschen wie ihr Stahlbarren herstellen könnt, das ist relativ simpel, habt ihr bestimmt schon rausgefunden, aber ihr braucht für die nächsten Aufwertung Stahlspitzen, Stahlklingen oder sonst irgendwas. Wenn ihr natürlich hier Mambus geht, seht ihr nur Klingenschutzknauf oder beziehungsweise Metallplatte, Metallspitze, aber ihr geht einfach, macht euch die Stahlbarren fertig, danach geht ihr auf Klinge und dann sagt ihr automatisch füllen, in dem Fall war es Spitze, Entschuldigung, aber hier wäre es auch genau das gleiche, Metallplatte in Klammer Stahl, ergibt halt auch eine Metallklinge mit Stahl. So, wir haben die Spitze gecraftet, aus Stahl, hat kein Icon, wie man hier so schön sieht, dass ihr auch seht, dass ich recht habe. Hier wären es Metallspitzen, ne, und die packen, ok, die packen wir jetzt einfach rein. Wunderbar, 1 von 2. Ja, das ist das Geheimnis in Nightingale, wie man ein, ähm, wie man halt Ressourcen craftet, obwohl er halt manchmal teilweise auch was anderes dran steht, genauso wie beim Kupferdraht. Wenn ihr den halt aus, weiß ich nicht, Zinn macht, dann ist es halt so, er funktioniert trotzdem. Ich meine, Stahl ist Metall, ja, aber es steht auch extra da, Barren und Stahlbarren, ja, deswegen denkt man sich vielleicht, oh, da gibt es bestimmt Stahlklinge, aber nein, das ist nicht so. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Zeit ersparen, bis dann, euer Blaze, falls es euch geholfen hat, direkt auf den Abo-Button und, ja, ansonsten, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao.